Herzlich Willkommen zurück zu Fallout 4. Ja, wir stürmen hier diese Raiderbasis, oder sollten sie stürmen, als eine Mission der Minute Man? Und das machen wir doch auch. So. Wie kommen wir da hoch? Hier schon mal nicht. Hm, hm. Ein Gegner ist da oben noch. Ähm, zwei haben wir schon weggesnibert. Den letzten machen wir jetzt gleich noch und dann stürmen wir mit der Shotgun. Gucken wir mal. Da liegt einer. Dann ist da drüben irgendwie in der Kopf geplatzt, hier. Nein, nicht die Waffe hier. Gib mir mal. Das hier. Oh, da ist dieses Geschütz. Hier. Was ist hinter mir? Ähm. Automatisch. Oh, das sind... Die sind da oben. Die sind da oben. Oder? Ja. Hier. Und hier. Mhm. Stimpaks. Stimpaks. Das ist nicht so geil. Alter. Wow, wir sind tot. Boah, krass. Okay, wir schalten hier dieses Geschütz aus. Wir haben ja noch gar keine Rüstung an. Hä? Wir rennen ja immer noch mit dem Voltzeugs rum. Oh, was ist das? V, B, Ü, K... Boah. Überleben. Guck dich mal dieses Teil hier an. Hm. Ich hab ne Idee. Mit G, glaub ich, oder? Granati. Wie werfe ich die Granate? F? Fünf. Okay, Moment. Wie werfe ich? Hilfe. Ähm. Tee, tculturality. Granate. Granate. Wie feuert ihr? Granate. Wie werfe ich eine Granate? Um eine Ausgriffskurator oder Mine zu benutzen, halten gedrückt und lasse dann los. Alles klar. Das war nicht hoch genug. Das war gut. Da oben kam gerade was runtergeflogen. Hier? Was kam da gerade hergeflogen? Was bist du? Raider? Okay. So. Schallplatte Militärstandard. Vakuumhöre. Okay. Jetzt ist Gefahr. Ja, ja. Wir looten erst nach hier oben. Ach nee, das war der. Und rein. Granaten sind gar nicht mal so schlecht, Leute. Na komm schon. Ladebildschirm. Oder Lade. Punkt. Mit sechs Strichelchen weg. Na komm schon. Immer noch Gefahr. Ähm. Das wird sicher läuft. Also dringst du mich verarschen. So. Ha! Hab was gekillt. Hat noch was gekillt. So. 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 Alter. Ähm. Draußen ist hier niemand. Alter. Nein, du brauchst hier keinen Feuerschutz. Oh, kacke. Alter. Alter. Okay. 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 Hm. Die sind eine Herausforderung. Äh. So viel ist sicher. Ähm. Gehen wir erstmal in diese Seite entlang. Und wir müssen unbedingt Schleichen verbessern. Oh. TV-Dinne-Tablett. Das bräuchten wir zum Wiederverwerten für Aluminium. Hier ist irgendwo so ein Roboter. irgendwo. Irgendwo. Entweder unter uns. Ein Affe. Ah, ja. Da geht's nach oben. Werkzeugkoffer. Warum? Werkzeugkoffer. Warum Vorsicht? Ist hier irgendwas? Was denn? Ah. So, machen wir den mal. So. Oh, wie toll. Nimm, 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 nimm. Ja, nimm. Nimm, Benzinkanister. Ah, ich bin so dumm. Ich bin so dumm, 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 dumm. Ich habe jetzt gerade mein gesamtes Inventar da reingegeben. Okay. Er gibt mich, dann mache ich es schnell. Ich, ach, da unten. So. Alter. Okay. Oh Gott. Im Himmel. So. Alter, da ist dieser Affe gruselig. Ähm. Wo? Ja. Scheiß Affe, der. Wo sind die Gegner? Habe ich noch? Ja. Ich habe keine Granate mehr. Die sind direkt unter mir. Okay, Vorsicht. Sie können jetzt momentan nicht zu mir hinkommen. Das ist gut. Wir warten hier jetzt einfach mal kurz. Wechseln. Sei still. Da drüben. So. Da drüben. Psst. Hund. Ja. Ja, ja. Komm. So. Da unten. Splittergranate. Stim. Ja, ich sollte mir dann unbedingt mal so eine Raiderrüstung besorgen. Hier in dem Licht ist es nicht so geil. Hund. Lass mich mal in Ruhe schleichen. Das ist doch scheiße. Unter mir. Okay. Wir klettern hier einfach mal jetzt nach unten. Und looten. So. Raiderrüstung. Linkes Bein. Linker Arm. Warum? Vorsicht. Rechter Arm. Rechtes Bein. Okay. Dann. Ziehen wir uns mal um. Kleidung. Zack. Zack. Ja. Das war gar nicht so schlecht, oder? Hm? Okay. Es ist nichts. Wir schleichen uns mal weiter. Du kannst mich gar nicht haben. Ich weiß nicht, wo du bist. Du weißt nicht, wo ich bin? Wie kannst du mich da haben? Oh, eine Kronkorkenmine. Ich weiß nicht, wo du bist. Okay. Okay. Ich weiß nicht, wo du bist. Die sind auf der anderen Seite. drüben. Okay. Wir sind einfach noch nicht leise genug. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Beweglichkeit dann. Klieren wir mal die andere Seite auch. Wir hätten jetzt wieder Splittergranaten und und und. Und. So. Oh, langsam. Da unten ist so eine dumme Selbstschussanlage. Da. Raiderrüstung. Sackkapuze. Das ist aber der Kopf. Da. Ziehen wir uns mal den Lederkombi an. Schadensresistenz 2. Was hat... Äh... Der Voltanzug gibt uns aber mehr... Radioaktivitäten... Schutz. Wir kehren jetzt hier mal ganz langsam nach unten. Okay. Ab nach oben. So. Ja. So. Oh, da sind noch ganz viele hier unten. Sind hier oben auch welche? Nee. Oh Gott. Wo? Da unten. So. Wie schalte ich diesen Dreckskasten da aus? Alter. Na, hast du Spaß, hm? Ich war da schon mal verraten. Alter. Alter. Nicht so leicht. Sei still. Lass mich konzentrieren. Hier sind noch vier Gegner plus Roboter. Ah, ja. So. Da ist auch einer. Mist. Wo ist er hin? Hier war er. Alter. Alter. Alter, da kommen ja immer noch mehr. Ah. Mein Hund geht's nicht gut. Alter, hör auf da unten. Ich könnte es... Nein, mach aus. So. Nein, nämlich Status. Waffen. Na komm, probieren wir jetzt. Na? Oh. Oh, ich bin so dumm. Beide Hände kaputt. Wenn ich nur wüsste, wo du bist. Du blöde Kuh. Die ist da unten. Hier. So. Nee, das sind keine Explosionsteile. So, wo sind hier noch Gegner? Hier müssten noch welche sein. Ach, ich muss meinen Hund retten. Ich hab dafür jetzt echt keine Zeit. So. Nee. Ich will nachladen. Ich hab nur noch drei Schuss. So, ja. Schrot, gib mir. Molotov, Stimpack. Jawohl, gib her. Ihr solltet euch besser nicht mit mir anlegen, Leute. Alter. Hab ich mich grad erschrocken. So. Kühlmittelverschluss. Ach. Nehme ich natürlich alle mit. Kann man zu bauen verwenden. Ja, Patronen. Schlagring brauch ich nicht. So, was haben wir hier? Jawohl. Vakuum rühren. Okay. Was? Den habe ich. Den Klageschlüssel. Nee. Okay, hier. Offen. Geschafft. Jawohl. So. Sehr schön. Munition aufgestockt. Hund, geh weg. Und weiter geht's. In der nächsten Folge. Also, Leute. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tullü. Tullü. Tullü.